Es wird gemunkelt, ob Prinz Harry bei seiner Reise nach Großbritannien seinen Vaterkönig Charles treffen wird. Trotz des angespannten Verhältnisses schließt Charles die Tür zu seinem Sohn nie ganz. Allerdings ist der Monarch nach einem Geburtstagsanruf von Harry tief enttäuscht. Harry hat ein Video mit seinen Kindern geschickt, in dem sie Charles zu seinem 75. Geburtstag gratulieren. Doch der Rotschopf konnte diesen Annäherungsversuch nicht für sich behalten und teilte ihn mit den Medien. Dies überschritt laut der Royal-Expertin Rebecca English die Grenzen der königlichen Privatsphäre. Private Gespräche werden bei den Royals als strikt privat angesehen und dieser Bruch wurde nicht gut aufgenommen. Darüber hinaus sprechen kollidierende Terminkalender gegen ein baldiges Treffen der beiden. Während Harry am 30. September in London ist, werden Charles und Camilla ab dem 28. September in Edinburgh sein. Das bedeutete eine große Distanz, die ein Treffen logistisch schwierig macht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017